So, wir liegen fast in der Zeit. Reißler hat uns vorgenommen, zulässige Gehörungen etwas drüber. Aber für die Applausphäre, die Älter und die Fenske, die kommen zur Schule zu. Vor der Applausphäre sind wir heute gewählt. Applaus, 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 Applaus. Die Ehrung ist beendet. Wir haben hier viele Applausphäre im Handball gesehen und wir konnten Sie herholen. Auf Platz 10, der OSC Schönberg-Friedenau. Die Ehrung wird vorgenommen vom Geschäftsführer des Handballverbandes, Wiedeburg-Vorpommern, Herrn Jörg Lerner. Und vom Geschäftsführer des TSG Wiesmar, Herrn Klaus Jörg Lerner. Auf Platz 9, PSV Aufbau Eindruch. 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 Platz 10, PSV Aufbau Eindruch. Auf Platz 6, Sachsen-Anhalt-PSG-Penau. Auf Platz 5, der AV-Könnets. Auf Platz 4, aus Brandenburg, der AV-Könnets. Platz 3, Sachsen-Anhalt-PSG-Penau. Auf Platz 4, aus Sachsen-Anhalt-PSG-Penau. Platz 4, aus, Sachsen-Anhalt. Musik 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 Vielen Dank für Julia Schwarz, Marie Wiggels und Wolfsburg-Trägerin. Wir wollen die Trägerin sehen. Wir wollen die Trägerin sehen. Wir wollen die Trägerin sehen. Auf Platz 2. Hier ist es noch und wir wollen die Trägerin sehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018